Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab November 2013 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Meerbusch. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 40 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 450 Euro. Kontaktieren Sie uns für nähere Informationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017